So klein und doch ein 2 in 1 Genie. Dieses Gehäuse ist USB-Stick und Kartenleser in einem. Ein Handgriff genügt. Legen Sie eine geeignete Karte in das Gehäuse ein und fertig ist Ihr Highspeed-Speicher mit einem Datentransfer von bis zu 18,5 MB pro Sekunde. Der Stick eignet sich beispielsweise perfekt, um Fotos von Ihrer Digitalkamera ohne Umwege blitzschnell auf den PC zu übertragen.